Hallöchen Popöchen und Willkommen zurück bei, ja, Minecraft Jonny allein im Wald. Wir sind auf Reisen und wir schlafen erstmal ne Runde, ist nämlich dunkel. So dunkel, so. Es ist dunkel. So, wo kann man denn hier raus? Ah ja, genau. Ha, ha, ha! Gut. Kein Angriff. Ist gut. So, Bettchen wieder in den Reiserucksack gepackt. Fackel können wir da drin lassen und dann, äh, wo wollen wir denn weiter hin? Da ist ein großes Biom scheinbar. Wir latschen. Blöden Fliegen hier. So. Oh. Ha! Oh, die haben mich schon gesehen. Oh, die haben mich hier... Hier, Alter, Alter, wie viele! Hier, ha, 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 ja, ninja, ninja! Ich wollte hier einfach nur in der Ruhe durch. So. Cool. Ey, was? Wo kommst du denn her? So mal. Ich glaub, enthackt. Ha! Oh, ich habe ein paar, ja, ein paar Pfeile abbekommen. So. In diese Richtung, genau. In diese Richtung wollten wir gehen. So, seh ich eigentlich unser Haus jetzt nicht mehr. Hab ich... Moment. Edit Marker? Ne, nicht Edit Marker. Quatsch. Äh. Ah, da ist unser Haus. Ach, nun sind wir ein bisschen, äh, sind wir ja gelaufen. Boah. Wo macht die Kuh? Viele Kühe machen Mühe. Hahaha. Naja. So. Schwarz. Zeichenholz. Das würde ich doch gern mal so eine kleine Probe mitnehmen. Schwarzzeichenholz. Das haben wir, glaub ich, nämlich nix von. Huch. Warum hab ich denn jetzt? haben wir davon jetzt schwarz jahre sind die haben wir davon jetzt wir noch ein paar ich nehme mal so ein kleines Pröbchen mit ein bisschen Probe davon ne so Probel auf Exempel nehmen wir uns einfach mal was mit von auf unserer Reise da kann man nämlich auch so ein bisschen Holz sammeln ich dachte ich hätte da was gesehen wir arbeiten uns dann einfach von oben herab da unten liegen noch ein paar so ein paar mehr mit erwischt aber das ist ja nicht so schlimm das ist jetzt voll auf die Nase auch nicht getan so 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 das der Bäume bleibt am verlangt gleich so hier hat man irgendwo habe ich noch welche gesehen habe da ist ein da zerpling so 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 und sie mitgenommen von Adolf Kuhmann da was haben wir denn da das ist doch schön da wurde er nicht tot wir haben diesen Das reicht mir ja schon. So, in die Richtung wollen wir weiter. Gut, wir umkreisen das Gebiet mal ein bisschen. Und wir sind ein bisschen leicht hungrig. Erstmal hier so ein Kartoffel. Wir haben ja noch unsere Cheeseburger dabei, beziehungsweise unsere Deluxe-Burger. So, ein bisschen Apfel hier. Von da hinten kam er glaube ich, ne? Ja, ich glaub schon. Ich glaub schon, dass es von da hinten kam. Äh, aber... Moment, Moment, mein Mikro... So. Wird schon wieder dunkel, ne? Kommt mir vor wie in der ersten... ersten Folgen hier, wo wir hier durch die Gegend geeiert sind und gesucht haben. Wo ist das eigentlich hier? Moos hat sich aus wie Spinnenwege, ich schwör das. eking poison haben in dem ... so, in die Richtung. Die Richtung, da ist nichts! organisms woman 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 Whatever to die Ordensk Tutte gibt es akzeptieren diesen Werk habe hier kein Bock drüber wie es sollte sehr traurig bzw oder ich bin sehr bl honlichen abstreiten und gegebenenfalls sehr blind hier durch die gegend zu erinnern ach guck mal Kübisse da bin ich noch mal einfach mal welche mitnehmen aber nur weil was können aber noch extra dabei ich weiß es jetzt gerade gar nicht doch einer haben wir noch dabei macht nichts mehr mal hoch wie immer so ein paar du bist einfach nicht so auch wenn wir so zu Hause selber angefangen haben zu züchten aber eigentlich habe ich schon aufgegeben was so wie die Ruhe zu suchen weil ich habe immer da gelügt dass ich einfach nichts finde was haben wir denn hier Kohle 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 so nehmen wir ein bisschen mit auch wenn das jetzt keine Kohlen-Tour ist aber ein bisschen Kohle kann schaden hallo nochmal schon mal ein bisschen Kohle mitnehmen Kohle stinkt nicht dachte einst mein Großvater schon das ist ja noch mehr Kohle und noch mehr und noch mehr das reicht's das reicht ich will nicht mehr Kohle so da haben wir uns ein bisschen die Kohle hier aus der Wand geklöpselt und Salz Salz ist immer gut also wohl was können es ist sehr viel Kohle sogar Alter was woher wo kam der denn jetzt her ich hab hä wann der jetzt kleiner kleiner Creeper Mann ach wie cool ist das denn das sieht ja geilo aus schön hier jetzt von hinten wartet mit uns hallo Dolly wie weit guck mal da geht nicht weiter es ist ehrlich ich würde sagen wir gehen einfach mal in diese Richtung weiter man sagt der ja geradeaus man kann man nämlich hier so den Rückweg vielleicht antreten oder oder gehen mal in die Richtung der Hälfte und einfach Boa aber ich habe im Fußgüter über die Wollstauber ich glaube wir sollten ja auch irgendwo in der Nähe gleich unsere Rast vielleicht für ein Rasten also mein Rosten ja feierlich schon so ein bisschen achten ist die wir sollten langsam um oder ist schlaf die ma nur sind ab es ist eine Höhle ich weiß aber können sie mal eben zu so ein bisschen was zu bauen ich habe eben den Leben hier raus er geht durch die ich weiß Habe ich ja jetzt mit Absicht gesagt. So, äh, hallo. Rucksack hier raus. Und das hier. Alter. Wer denn jetzt kommt gleich? Du kannst nicht da ab, wenn wir in der Nähe sind. So. Sieht recht sicher aus. Glaube ich. Achso, äh, unser Bett soll ich mal vielleicht rausholen. Das ist natürlich im Roten. Ah, das war natürlich klar. Oh, ich will schlafen. Sag mal. Habt ihr noch nicht auf Dago geguckt, oder was? Jetzt, oh, Ruhe. Ruhe ist hier. 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 Die haben einen ganz lighten Wald Fried. Mal wissen. chte停agen, in der höchstwahrt werden werden. So. Okay. Aucan Castle, killtor jetzt kommenden Hydra. § die Lülle wieder zu war da kommt schon der nächste nach oben ja er er ist ja gut vor allem ist irgendwo und so wo kommt er denn jetzt alle her wo kommt er denn jetzt alle her ja 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 das ist ein stück fleisch du und hier eigentlich nicht reingehen wirklich die man hier wieder raus so und wir machen hier einen Marker ups wo sind wir denn hier sind wir so Edit Marker was hatten wir immer hier für Höhlen hatten wir glaube ich hier Ruhestörung nennen wir es so so ist dann Bescheid so ich glaube wir sollten mal was essen so Matt kann wieder hier mit rein heute essen wir einen Cheeseburger nein wir nehmen einen Deluxe Burger alter willst du mich verarschen guck mal jetzt ist es doch mal gut habe ich gesagt hier so ich muss essen ich habe Hunger Schluss aus Ende so 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 in welche Richtung wollten wir denn jetzt in diese so ein bisschen okay da gibt es aber echt steil runter hoppla hopp 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 so das Salz Salz das Salz in meinem Wunden nehmen wir er mit so so wie cool das hier ist Das ist ein Loch, wo wir damals reingefallen sind und alles weg war. Nein, glaub ich bin nicht. Schon geil. Schon irgendwie... Ach guck mal, da brennt es. Hopp, hopp. Sind hier Piranhas drin? Ich hoffe nicht. Oh, hier brennt es. Oh, hier ist Wasser. Hier ist auch Wasser. Oh, da brennt der Baum. Da brennt der Baum, da steckt mehr Weha, da ist Lava. Das finde ich nicht sehr. Und darunter ist Eklumite. Ich glaube, der Baum rennt. Ruf die Feuerwehr! Ruf die Feuerwehr! Wie hieß denn der kleine Drache damals noch? Ach ja, Grisou, der kleine Drache. Was haben wir denn hier? Was ist das denn? Haben wir sowas schon mal gehabt? Muss ich mal in der da mal gucken. Mal versuchen wir sowas in der Art schon mal. Ach, Quatsch. Ich habe Höhlen mit... Ah, bin ich dämlich. Ich hatte Höhlen, hatte ich doch hier mit. Ah, mit den Spitzhacken. Snowfall war da. Village. Dorfschlucht. Hm. Das war ein bisschen natürlich dooferweise. Raincastle. Okay. Hm. In diese Richtung. Sind wir dann da? Äh, da so, ne? In die Richtung. Ich glaube, das heißt aber einfach nur, dass da... Ich, äh, viel... Ja. Was ist denn hier passiert? Hä? Willst du mich verarschen? In die Richtung noch mal weiter. Aua. Dü, 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 dü. Oh, hallo? Oh, bei dem hohen Gras ist das echt mega gefährlich, dass man da nicht irgendwo nachher irgendwo reinknallt, ne? Da muss ich jetzt nicht unbedingt hoch. Mit dem hohen Gras, ey, dass man wieder so einen Labasee oder so übersieht und dann ist es passiert, weißt du? Ich geh mal eigentlich wieder zurück, oder? Ach, ein Wüstenbio. Auch cool. Ach so, ist das hier die... Ach so, ist das hier die... Ach so, ist das hier die... Ist das hier dieser Berg? Ist das dieser Berg hier? Hüpp! Hu! Ha! Hu! Halla! Ach! Cool, was ist das denn? Wir haben irgendwas gefunden. Und, uah... Das ist Erde. Erde. To be fair. Milk. Button. In. Äh, da möchte ich nicht runterfallen. Stabbles. No. Stools. Okay. Was ist denn das? Eine Wegbeschreibung, oder was? To be fair. Milk and Button. In. Ja, wohin? Oogwood Post. Von Garden Trees. Milk and Button. Ja, wenn Milk and Button in ist, dann gehen wir doch mal dem Milk and Button entgegen. Ach hier ist ein Village in mir! Moment. Da würde ich doch gerne mal... Wo ist denn das jetzt? Ich glaube wieder in die falsche Richtung glaube ich. Da ist doch ein... Da ist ein Village! Das ist ein Dorf? Hallo, ihr Dorfis! Aua! Ich hab Dorfis gesagt, nicht Dorfis, ne? Also nur noch mal zum Verständnis. Kuckuck! Hallöchen! Jemand zu Hause? Ja, mei! Guten Abend! Oh, Alter! Habt ihr mit der Tür nicht so, oder was? Komm mal zu Hause mal unten, mein Freund! Soll ich dich vielleicht mal herausgeleiten? Ich könnte da mal so ein Stück... Wand wegnehmen... Ach, hier ist Wasser! Ähm... Wieso komm ich hier nicht mehr raus? Ist das Treibser? Ja... Ja... Die Strömung kann nicht so stark sein, hier! Ich kann hier mal unter mir bauen! Ähm... Ganz toll! Wie komm ich hier wieder raus? Ah, so! Ha! Was auch! Den Baumer hier einfach mal so ein Stück hier... So, versorgt! Dem helfen wir mal jetzt raus! Geh doch mal ein Stück beiseite, Kollege! Ich helf dir doch! Ich... Ich helf dir doch! Moment! So, pass auf! Hopp! Ah, ein Moment! Weh, du haust mich jetzt hier runter, Kollege! Dann kriegen wir aber Streit! So, pass auf! So! Na, einfach rüber! Ja! Geh doch mal! Geh doch mal rüber, Mann! Junge! Alter! Sind die ein bisschen psycho da hinten, oder was? Ja! Ja! Ja, Gott! Nein! Ist der dämlich! Was macht denn der? Da gibt's noch ein bisschen? Aber jetzt, was! Wir machen das hier komplett zu einfach! Mit Erde! Ist ja... Ist ja kacke egal eigentlich! So! Ist ja eigentlich kacke egal! Da kann da auf jeden Fall keiner mehr raus! Oder beziehungsweise keiner reinfall'n mich raus! Höh! Kann keiner mehr rausfallen! Ist doch auf! Was da drin? ich traue mich da gar nicht reinzuspringen machen wir hier zu das scheint so irgendwie wie so ganz komisches wasser hier cool finden wir einfach mal so warum hackelt denn das jetzt so einfach mal so ein schildchen dann haben wir noch ein würfchen gefunden feuer ich gerade da hat hakelt jetzt hier hallo mein kopf beformt hoch wo wir haben keine erde mehr dabei aber wir haben fünf Sand fünf Sand bringen uns bis sie wenigstens mehr hier kann man mal in den Sand ein bisschen hier weg weg tragen abtragen weg und abtragen hallo so wo ist denn unser freund ist er schon raus ist er rausgekommen er scheint rausgekommen zu sein wo das einfach verreckt kann natürlich auch sein so nimmer in den Sand hier so in die Hand sollte glaube ich kein was ausmachen so wir sollten uns hier mal eben schnell höchst das Lava ja Lava nicht da ist Lava so besuchen uns mal in den Heusken hier ja draußen im Kreisrennen gehen wir einfach rein irgendwo alter zählen wir irgendwo fest ahhh was ist denn das hier Leute 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 was macht ihr denn hier so jungen Tag so ich geh mal ne Runde knacken besser ist das bevor die Monster kommen so 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 wie schaut's aus sind wir alle bereit? er rennt immer noch dämlich im Kreis um den Köln der Fest die Blume ist ein bisschen sehr äh das sind ach so guck mal da brennen die Nachbarn da brannten die Nachbarn die Rände wie klein du wie hier ähm im Kreis Claypattern stand das Dorfdoktor hier so guck mal wir könnten wir könnten euch ja mal so ne Treppe machen die wandert noch mal aber falsch so 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 da könnte ich nämlich schon mal eine treppe machen wir sind ja wir sind ja nicht so nähe ließe ja so geht es natürlich auch ich hatte jetzt eher eine treppe gedacht ja genau genau so sollte die rum sein genau mann ich hasse es so dann setzen wir pass auf wir setzen hier noch mal eben weg jetzt nur hier so ein drunter und dann setzen wir sag mal kannst du einfach mal weg gehen so nee das gefällt mir so nicht nee das gefällt mir doch noch nicht so wir müssen wir müssen da die treppe alter geh doch mal weg geh weg so hier so genau ab da fangen wir einfach an die morgen weg die morgen weg ja da kommt jetzt mal eben halt nicht rein kollege dass wir einfach mal arbeiten hier lass mich doch mal arbeiten gehst du weg so Alter ich bin mir auf den Geist hier so so jetzt klappt es Alter Au ja tut weh so ich wollte einmal da dorfen bisschen hier so äh ausgelöst ausgehorcht der Forscher starben so fortgibts in hier von den hier rein also lass die Tür noch mein Ruh ok hier gibt es nix spannen alle hau ab klebt mir hier am hintert ok hier ist nix hier ist auch nix hier kommt noch mal ein paar Fackel drauf stellen das mach immer wieder gerne bei 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 so gefundenen Dörfchen da bloß nie runterfallen so dann sieht man die auch ein bisschen besser da oben war man glaube ich gerade oder da da oben glaube ich war man gerade so Büchlein mit da unten nehmen Büchlein in der Grube ne wir waren da da oben war man gerade und dann haben wir das Schildchen gefunden gesundheit Hund so ja natürlich muss erst rausgehen die machen mich hier schon so kirri hier die ach guck mal in der Workbench ähm ich weiß nicht was die da machen also kommen die ja nicht raus oder was sollen wir mal gucken gehen so was haben die denn hier zu futtern eben einmal Antischockenpflanzen habe ich Antischocken auch Süßholzkartoffeln haben wir Himbeerenpflanzen aha Tomatenpflanzen stört bestimmt keinen wenn wir mal ein paar Fizio mitnehmen von den Himbeerpflanzen stört bestimmt kein so mit dem paar äh hier Kartüffelchen mit das ist mal ein Karotten natürlich hab ich gleich gesehen hm was so räucherstrauch ist geräuchert geräuchert bitte was ist das denn hier ach ach der arme ach der arme ja sag mal was machst du denn da so ähm ich möchte da nicht runterfallen wenn es geht ja mein Freund ich lass dich hier sofort raus das Hammer in ein paar Minütchen haben wir es soweit ja ja wir lassen es da also wie kann man nur wie kann man nur dich da einfach also ist ja ein Unding ist ja ein Unding ja genau stell dich weißt du ich versuch dich hier gerade raus zu retten und du stellst dich echt dämlich an so ach guck mal so eine kleine groß ist die Höhle glaube ich nicht oder geht die da weiter ich bin mal neugierig ich bin einfach neugierig ich weiß es nicht ne geht einfach nicht weiter ok finde ich finde ich aber cool irgendwie muss ich ganz ehrlich sagen so zack ähm so raus genau hat er es jetzt raus geschafft er hat es glaube ich raus geschafft der Jute Mann der Jute Mann hat es raus geschafft das freut mich ja wir sollten hier vielleicht natürlich das war Kies Trottel so dann kann er hier auch keiner mehr also so und hier machen wir auch nochmal zu so und hier besser auch dann kann da jetzt keiner von den äh etwas äh schlaueren Leuten da ähm reinfallen und nicht mehr rauskommen so die Rettung ist erfolgt so und ihr schlau batzen da ihr schlau batzen was macht ihr denn da ihr kommt nicht raus oder was auf